Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal von mir und meinem Horn. Ich bin wieder dabei die Schränke auszuwischen in unserer Wohnung und da fehlen jetzt noch ein paar Küchenschränke und der Kleiderschrank und da ich die beiden ja auch frisch neu sortiert habe und aussortiert habe, dachte ich gebe ich euch ein kleines Update von der Sortierung, wie ich damit klarkomme und was mir gefällt und was nicht, während wir das gemeinsam auswischen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, schnappt euch einen Lappen oder auch ein Getränk und entspannt nur dabei und viel Spaß. Ich habe auf Pauls Kleiderschrankseite angefangen zu putzen, aber da sind ja erstmal oben nur die Hängestange, da habe ich nichts verändert an der Sortierung damals, also dazu kann ich jetzt nichts Neues sagen, hat sich nicht verändert. In der ersten Schublade sind seine T-Shirts und Tanktops sind da glaube ich auch noch drin und hinten die Reihe, die ich da rausnehme. Das sind so T-Shirts, die waren mal gut und haben dann Löcher bekommen oder sind ausgeblichen oder so und das sind jetzt zum Sport machen T-Shirts. Damals habe ich da auch nichts an der Sortierung verändert, weil wenn alle gewaschen sind, dann sind die Reihen auch beide voll und da passt die Schublade perfekt. In der zweiten Schublade bei seiner Seite, da sind Unterwäsche, Socken, Hosen und dieses kleine Schächtelchen mit Gürteln und darunter sind glaube ich zwei oder drei Krawatten und eine Fliege. Da habe ich damals auch nichts verändert. Da kam jetzt nur noch eine Jeans dazu, aber die hat da noch genügend Platz, da ist noch nicht so viel drin. 2. 1. 2. 3. Läufe, 6. 10. 11. 10. 11. In der nächsten Schublade habe ich damals, denke ich, auch nichts verändert. Da sind Pullover drin, die er nur zum Sport trägt, also zum Chillen zu Hause, aber jetzt nicht. Da ist zum Beispiel der Merch vom Football-Spiel, wo wir damals in Florida waren, von den Tampa Bay Buccaneers. Aber das trägt er jetzt nicht zur Arbeit. Aber er liebt ihn sehr und deshalb, was heißt deshalb, er liegt halt da in der Schublade. Dann sind dann noch seine Joy-Hosen in langen, in kurz und diese Nike, weiß ich nicht, diese weichen. Diese, ja, noch zwei Leggings und das war's. Achso, und dann noch so Thermo-Unterwäsche, Unterhemden. Genau, und die habe ich damals auch nicht verändert, die Sortierung. Mensch, das ist ja total spannend für euch. Aber da habe ich jetzt ein bisschen neu zusammengelegt und neu strukturiert, habe dann geschaut, habe versucht, dass alle Pullover bzw. Joy-Hose und so sich vielleicht so gegenseitig ein bisschen stützen und nicht so doll umfallen. Weil diese labbrigen Sachen, wie diese drei kurzen Hosen und die zwei Leggings, die fallen sonst immer so um und dann verlieren sie die Form und ich checke jetzt auch nicht jeden Tag die Schublade, um sie neu zusammenzulegen. Aber das wäre ja ganz nett, wenn sie es automatisch so ein bisschen sich einklemmt gegenseitig und dann dadurch sich selbst in der Schublade hält, sozusagen. Dazu gekommen ist dann noch hier diese blaue Shorts, das ist seine Badehose. Die habe ich jetzt auch noch da reingesteckt, dazu letztlich. Einfach neben diese anderen lummeligen Shorts. Und habe dann eben noch versucht, die Pullover, die er da hat, da reinzukriegen, sodass sie da ordentlich aufgestapelt sind, sodass er sieht, was er hat. Und weil bei ihm ist es so aus den Augen, aus dem Sinn, also sobald er irgendwas nicht mehr sieht, dann weiß er nicht mehr, dass er es hat. Deshalb habe ich versucht, dass man alles von oben direkt sehen kann. Gut, diese Thermo-Unterhemden, die trägt er nicht so oft, deshalb habe ich die da hinten aufgestapelt. Da habe ich jetzt noch hin und her probiert, wie es am besten in die Schublade passt. Und so hat mir das ganz gut gefallen. So hat es sich gegenseitig ganz gut eingequetscht in die Pullover. Gut, die müssen ja nicht gequetscht sein, die können ja einfach so stehen. Aber ab hinten noch diesen durchsichtigen Bücherständerhängel steckt, damit die nicht umfallen. In der letzten Schublade auf seiner Seite, da habe ich damals in dem Video ein bisschen umsortiert und zwar diesen Organizer reingesteckt und diese zwei Winterpullover reingemacht zu der Lederhose noch und den Platz einfach ein bisschen besser genutzt. Er hat sich bisher nicht beschwert, sagen wir so. Also ich denke, das hat alles gepasst. Werden wir sehen, wenn es dann wieder Skifahren geht, ob er gut rankommt an die Sachen und alles findet. Aber ich denke, so viel Zeug ist da ja nicht in der Schublade. Da wird er gar kein Problem damit haben. Unterhalb der vier Schubladen sind noch zwei Fächer, weil der Schrank recht hoch ist und da voll groß ist. Das haben wir mit einer Kletterstrange oben ganz nach oben gemacht und unten sind jetzt die zwei Regalböden. Bei mir ist es genau andersrum, weil ich kleiner bin. Da hätte ich jetzt zum Beispiel, das habe ich dann später bemerkt, hätte ich erst oben staubwischen sollen und dann unten. Weil so habe ich von oben den Staub wieder unten reingebracht. Aber naja, auch noch den Staubsaugerroboter abgestoppt, der war natürlich auch dreckig oder staubig. Dann habe ich oben das Regal auch wieder leergeräumt. Da sind die ganzen Utensilien, also neben der Bettwäsche, die ganzen Utensilien zum Staubsauger. Ich weiß nicht, ob diese Bürsten, also wir benutzen nur die Universalbürste, aber ja weiß ich nicht, ist irgendwie zu schade, die wegzuschmeißen. Gut, wir könnten sie versuchen zu verkaufen, diese, ich glaube das sind Hartbodenbürsten. Aber man weiß ja nie, wie die nächste Wohnung irgendwie aufgebaut ist, ob man die dann wieder braucht. Oder Parkett. Wir haben, das hier ist Laminat, deshalb brauchen wir die Parkettbürste nicht. Da sind auch die Akkus, die zu unserem Werkzeug passen. Das ist so ein Multifunktionswerkzeug. Auf meiner Kleiderschrankseite habe ich damals ein bisschen mehr sortiert. Und zwar, also gut, im ersten Fach, da wurde ich jetzt Staubwische nicht. Das ist ja auch nur die Stange, die Kleiderstange mit den hängenden Sachen. Die habe ich überlegt, ob ich die noch ein Stückchen höher hängen kann, weil ein Kleid ist so ein bisschen zu weit unten. Hier habe ich einiges neu sortiert, und zwar diese drei länglichen Halterungen, äh, Organizer. Im schwarzen sind meine weißen Socken, in dem einen weißen sind meine schwarzen Socken und im vorderen weißen sind meine T-Shirts. Und im rechten, das hat mehrere Fächer, da sind vorne so kurze T-Shirts, Crop-Tops drin und dann dieser weiße Kragen, den ich umgenäht habe, zu so einem Unterhemdkragen. Und dann, daneben in den drei kleinen Fächern, oder vier kleinen Fächern, von, in den drei davon sind meine Tops drinne. Und in dem hintersten ist ein Klebe-BH drin und dann ist hinten, in dem länglichen Fach, sind meine BHs und in der Mitte ist meine Unterwäsche. Und dieses Bambus-Teil ist zum Begrenzen, weil die Organizer sind einen Ticken zu schmal für die ganze Schublade. Deshalb habe ich da diesen Bambus-Stab reingespannt. In der nächsten Schublade habe ich auch ein bisschen umsortiert damals. Da sind vorne zwei größere Organizer drinne, wo meine Strickpullover drin sind. Also die, das ist alles das gleiche Modell. Das Modell Bobby von Daria D. Unbezahlte Werbung hier. Aber ich liebe die Pullover sehr, deshalb habe ich jetzt vier davon. Die sind vorne in diesen Dingern drinne, weil die kippen so ein bisschen um, wenn ich die... Ich wasche die nicht jedes Mal nach dem Tragen, sondern lüfte die nur ein bisschen. Dann dahinter sind die dickeren Pullover und zwei kurze Cardigans, ein Cashmere-Pullover und zwei Kapuzen-Pullover. Die sind einfach ein bisschen voluminöser und die stehen besser. Und an der rechts von den beiden Organisern sind dann noch zwei Long-Sleeves. Das seht ihr dann gleich. Genau, da habe ich ein bisschen Farbe sortiert hinten, die Pullover und Cardigans. Ja, und die Cardigans habe ich da hingelegt, weil das ist Baumwolle und ich möchte nicht, dass die auf den Bügeln irgendwie ausleiern, die Ärmel. Und mit der Sortierung bin ich auch sehr zufrieden. Genauso wie mit der ersten Schublade. Das mag ich sehr gerne. Vor allem da auch reinzugucken und da einfach nur anzuschauen. Das macht mich glücklich. In der dritten Schublade habe ich hier dieses große Organiserteil mit den neun Fächern, wo meine Hosen drin sind hauptsächlich. Und daneben sind noch Schwimmsachen und Sport-Zuhause-Pullover. Die meisten davon sind aussortiert von Paul und der eine, der graue, den er mir mal geschenkt hatte. Ja, und das Hosenfach, das mag ich auch sehr gerne. Da das Skinny-Jeans sind, ist das jetzt auch nicht tragisch, wenn die da rein ein bisschen gestopft sind, weil zerkiltern tun die eh nicht. Die sind ja dann eng an meiner Haut wieder oder an meinem Körper. Genau, das mit den Bikinis und Badeanzügen, das passt mir noch gut, die Sortierung da. Und ja, also so lässt sich gut Ordnung halten, sagen wir so. Es macht Spaß, es immer wieder in die Fächer einzuräumen und ja, sieht auch noch schick aus. In meiner untersten Schublade sind Sportsachen, Skisachen und Skisachen drin, fertig. Die habe ich ja auch mal sortiert in diesen zwei schmalen Organisern, die hinten links standen, also ganz oben. Da sind Pullover drin und mein neues Paar Handschuhe. Rechts daneben ist knallorange, ist meine Skihose. Und vorne die schmalen Fächer-Organiser. Da sind in dem linken schmalen Teil meine kurze, mittelkurze und lange Sport-Leggings. Bässe, nicht unterhalb, Sport-BH. Meine Güte, was ist für Wortfindungsstörungen. Sport-BH und hinten noch das Halstuch vom Skifahren und noch so eine Haube. Und im rechten sind kurze Ski-Unterhäppen, lange Ski-Unterhäppen, eine Ski-Unterhose, Socken und das war's. Also und Socken. Ja, und das gefällt mir sehr. Das ist, glaube ich, meine Lieblingsschublade, weil das alles so schön ordentlich aussieht. Da erfreue ich mich jeden Tag dran. Beziehungsweise manchmal gucke ich es auch, manchmal mache ich es nur auf und schaue es mir an. Und jetzt kommen wir zur Küche. Und hier habe ich in der Schublade damals so ein, also da waren vorher, glaube ich, Töpfe und Pfannen drin, wenn ich mich noch recht entsinne. Da sind jetzt die, ja, Kohlenhydrate, würde ich mal sagen. Also Müsli, Nudeln, Haferflocken, Nüsse, Öle und dann vorne in den Kästchen, die übereinander stehen, sind oben Zwiebeln und Knoblauch drin und mein Sprossenglas. Und unten drunter sind die salzigen Snacks. Und das gefällt mir auch sehr gut, die Kombination mit diesen gestapelten Dosen. Dadurch nutze ich die Höhe sehr gut. Und mittlerweile macht man auch nicht mehr die Schublade auf. Und also macht man nicht mehr die, wenn man, wenn ich die Nudeln suche, die alte Schublade von den Nudeln auf, sondern die richtige. Und das klappt mittlerweile gut. Mein Mann hat sich auch zurechtgefunden. Und ich finde es echt gut. Und ich glaube, er hat mir auch schon mal gesagt, dass er es gut findet. Und ich finde es gut, dass er nicht mehr so ist. In der oberen großen Schublade, wo unser Besteck drin ist und unten drunter unser Geschirr, da habe ich, glaube ich, an der Sortierung nichts geändert. Und ja, hat sich bisher auch nicht ergeben, eine andere Sortierung. Das ist alles gut. Und ja, gefällt uns. Und wir kommen damit gut klar, sagen wir es so. Und wir kommen damit gut. In der Schublade darunter haben wir jetzt unsere Töpfe, Pfannen, Mixer, Kaffee und Tee. Und unsere Trinkflaschen, wenn wir die am Wochenende nicht benutzen, stehen die auch in der Schublade. Und das ist, finde ich, auch sehr praktisch, die Schublade. Ja, also die Töpfe und Pfannen waren vorher links vom Herd und der Mixer und Tee war rechts vom Herd. Jetzt ist das alles in einer Schublade und gefühlt ist da immer noch Platz drin. Also, da liegen jetzt auch gerade in dem Sieb in der... Achso, ich war mir zwei Pfannen und oben drauf sind noch so Schüsseln. Und da drauf ist ein Sieb und da drinnen, dieser Beutel, da sind Kartoffeln drin. Aber das ist auch nur gerade, weil wir die noch verarbeiten sollten, bevor die anfangen zu keimen. Aber so gefällt uns die Schublade auch sehr gut. Und mein Mann findet sich auch mittlerweile gut zurecht. Aber das habe ich ja, glaube ich, schon erwähnt. So, jetzt geht's. Das war es jetzt auch schon mit dem Video. Ich habe jetzt alles durchgeputzt und was zur Sortierung gesagt und ja, ein kleines, feines Putz- beziehungsweise Sortiervideo, na egal, ich habe ja nicht sortiert, aber ich habe drüber geredet. Mindestens genauso gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wuhu, staubig. Wuhu, staubig.